Aber Angst! Haben wir mit Tastatur oder mit... Da spielt es auch ein bisschen sehr laut gerade. Also schön ist, ich kann immer frei werdende Termine übernehmen. Das ist sehr geil. Das ist mega geil. Und auch frei nebene Termine bekommen. Wenn wir den Arm nicht weitermachen können, dann können wir ruhig den linken anfangen. Das ist kein Problem. Ich bin sehr flexibel, was das angeht. Ich meine, mein linker Oberarm ist auch noch dran und dann kommen meine Beine und dann ist... Das ist storytechnisch alles passiert. Wir sind anscheinend in irgendeiner anderen Welt. Und wir versuchen jetzt wieder nach Hause zu kommen. Der Junge war in irgendeinem Fisch drinnen und hat irgendwie Gegenstände in dem Popoloch rausgeschoben, dass die Schwester das dann unter Wasser sich holen konnte. Also der hat den Ein- und Ausgang im Grunde genutzt, um Gegenstände nach draußen zu bringen, damit wir ihn wieder da rausbekommen aus dem Fisch. Ja, und dann sind wir irgendwie hierher geflogen und sind jetzt hier. Wir versuchen einfach nach Hause zu kommen mit sehr interessanten Rätseln und komischen Gestalten. Das klingt alles sehr falsch. Es war auch falsch. Ich kann nichts dafür. Der Junge saß im Fisch und hat Gegenstände aus dem Popoloch des Fisches rausgedrückt, damit das Mädel die Gegenstände nutzen kann außerhalb, um ihn rauszuholen. Ich kann nichts dafür. Das Spiel ist so. Das Spiel mit Körperöffnung. Ja, das Spiel mit seinen Körperöffnungen. Das ist ganz schlimm hier. Popoloch. Ja. Man nennt es auch die Kammer des Schreckens. Aus dem Dirty Hole. Ja, genau. So, geh mal. Geh mal weiter. Da sind Sternschnuppen. Wünscht euch was. Alter, was? Das ist jetzt meine Strecke nach Hause? Das ist euer fucking ernst? Ja, na sicher. Was zur... Wo zur Hölle sind wir? What the fuck? He, he. Achim, Panacuchileiki. Aksiola buheya. Oder Magam alloyonnotohoi? Wenn ihr gar nicht mehr habt. Gut. Wella. rank得 passes. Jetzt audience science extraordinary. Gesundheit. Okay, das ist cool. Wir fahren mal mit dem Fahrrad in die Strecke, ne? Das schaffen wir bestimmt bis morgen. Oh, ihr seid so dumm. Ja, hab ich vorhin mitbekommen, Sven. Was? Was? Die Katze macht mir am meisten Angst. Nicht die Sehungäue? Was? 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 Hallo Agent. Genau so, mach mal ne Motorhaube auf. Ja. Bei ihm schon. Oh, guck mal wer hier ist. Schwach ist er auch noch. Gehen wir weiter. Tschüss. Motanebaum, Motanebaum. Schön sind deine Blätter. Ich kann mir nirgends ran. Was für Laserbeams haben die jetzt da? Ähm, wo bin ich? Ach da. Piu, Piu. Alter. Was ist da rum? Wo hast du dir jetzt den Rad? Wo hast du den verdammten Rasenmäher jetzt hingesteckt? Scheiße. Auch so Piu-Piu-Stock. Ja, voll geil. Knastfrifftasche. Ja. 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 da. Ja. 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 Ich will das mitnehmen. Das ist noch feucht. Ähm. Ja, eine 1 zu zünden. Da ist jetzt eine 1 noch dran. Geil. 2 Kilometer mehr? Ist auf jeden Fall mehr geworden anstatt weniger. Sehr traurig. Katze! Ja, eine sehr große Katze. So, hier ist irgendwas mit Löchern. Habe ich jetzt überhaupt im Inventar was? Achso, warte mal. Die gehören wahrscheinlich zu diesen Plattformen hier. Ja. Okay. Ja. 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 Aber es passiert nichts. dass ich raten diese diese lampe ist einfach die diese lampe ist hier kaputt gegangen weiß ich nicht in views sicherung muss jetzt eine neue besorgen sicher eine neue sicherung im wagen ja sehr gut die sicherung durchgebrannt ich jetzt eine neue sicherung ich habe jetzt ein rasenmäher und der braucht auch was zum rasieren ich habe jetzt einen gebrauchten okay alles klar was ist zur hölle mache ich jetzt da mit alles klar ja ja da oben hängen einige sachen die ich brauche ich brauche diese rollblades also die landskater aber ich komme da nicht ran ist erstmal diese vorrichtung hier irgendwie zum laufen bringen wie auch immer huila panty mon panty mon dann braucht ihr mein rad abzuschrauben ja wird auch schon wieder weg freundin kommt und ich muss noch aufräumen alles klar bin hm 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 erst mal weiter kann er sich da vielleicht mit abschneiden hat er geputscht warum regt er sich jetzt auf ich glaube er fand den kuss nicht so geil okay links unten irgendwas er hat das in der reihenfolge geschlagen interessant wie die ihre autos hier öffnen der rasiert sich weiter ich glaube es gefällt ihm ich mag das moment auch immer naja der rasenmäher hängt hält er hätte mir auch etwas zu tief ja hast du doch eine tasche mann den kubi da ja 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 ich habe einfach nur gedrückt ich habe einfach nur gedrückt geil ich wollte also raus wie das geht ja geil naja einfach random easy ja aber das war eigentlich gar nicht ihr habt ja gesehen wie oft ich rumklicken musste bis ich da angekommen bin das war aber jetzt wirklich ich nicht ohne hallo es wird jetzt doch gerade etwas zu warm mit der jacke im moment wechsel mal in die küche macht das driver noch oh gott die 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 mit poli unter meiner dicken deck und friere ja gerade ist mir ich habe auch lange sachen an vorhin habe ich sehr gefroren weil ich kann auch nicht heizen gerade also allgemein wird ein schwierig so war mich auch hier im langen schlafanzug mit der dreamcatcher robe immer noch angenehm ich habe hier das hier ist so ein richtig fettes fließt damit kann ich draußen rausgehen das ist wirklich sehr sehr dick hätte mir was dünneres anziehen sollen nach dem pulli okay also was haben wir uns jetzt eingesteckt das rad okay gut aus dankeschön ich habe kein pentimon ich habe ein neus dem und ja Das war's.